und die kühltruhe macht brummt ja und damit seit gegrüßt meine lebenslägige Mombels und Enkel und im 2e9part Summer in Mara und hier sind die Kirschblüten und die Kirschbäume Kirschen sind geblüht das ist doch sehr schön in der Kirschen sehr schön die Kirschblüten wachsen wie schön dass man hier noch ein paar paar Bäume schlagen was schönes zum Anfang des Parts ein paar schöne pinke Kirschblüten und ein paar Orangen ja mal schauen was heute ansteht wahrscheinlich weiter Quests machen ich ändere mich dunkel dass wir hier mal mit der Optimisierung noch was zu tun hatten deshalb bin ich auch jetzt hier auf der Insel weil wir erstmal im letzten Part habe ich auf dem Vulkan aufgehört und jetzt habe ich festgestellt dass wir erstmal eine Blume mitnehmen müssen wir müssen eine Blume mitnehmen damit wir hier weiter können ich glaube diese Blume ist es okay ist es diese Blume zum Quell sollten wir gehen wenn ich das richtig gelesen habe die einzige Blume die herumsteht ist die hier vielleicht finden wir es doch noch in der Quest irgendwie Reisen Richtung Süden und Suche nach Dunas Insel die ist hier okay vielleicht können wir jetzt wo wir die Blume haben es hieß zumindest ich habe hier eine Aufzeichnung noch mal nachgeguckt in meinem meine Aufnahme im Part hat die Madame irgendwas gesagt von von Blumen du musst dir eine Blume mitnehmen oder so ganz genau weiß ich nicht mehr machen wir wieder schnell Reise wahrscheinlich wenn wir das Geld haben können wir das machen ja dann spare ich mir so ein bisschen den Weg wenn nicht schlecht ist die Frage ob wir jetzt dahin können ob es jetzt vor Ort ist okay hier ist noch keiner da keiner vor Ort jetzt müssen wir vielleicht mit dem Boot ankommen vielleicht müssen wir erstmal raus auf die hohe See und dann hier ankommen vielleicht liegt es daran ich weiß es nicht da haben wir auf jeden Fall eine Flagge nochmal zur Flagge hin das ist das hier auf einer See zur Daumenbrüche und Tauchbrille aha okay das ist wohl erstmal was anderes ich fahre mal auf offener See vielleicht können wir dann das Spiel austricksen oh noch ein Schlafsack das offene See nächstes Mal wieder zurück dass wir jetzt erstmal auf die Insel kommen das war erstmal mit der Blume hier schwarzer Vulkan ok ich sehe aber noch kein Charakter hier auf der Insel ok ist etwas seltsam ich schwimme mal gerade an Land und da hat es auch die Kur ich müsste jetzt auch hier vor dem Haus auftauchen so weit habe ich mich bedesen ich habe ein bisschen der kompletten Lösung nachgeguckt das muss jetzt gerade eben nochmal machen Komplettlösung was sagt die denn ich meine wenn wir jetzt eh schon hier im Verzweifeln sind Samain Mara Komplettlösung das ist ja digitim wenn das Internet das Internet bietet mir eine Komplettlösung also kann ich sie auch nutzen es ist ja hat hier niemand behauptet dass das hier dass das hier dass ich nicht mit Komplettlösung spiele das mache ich bis jetzt nicht aber bis jetzt habe ich das wohl nicht gemacht aber jetzt tue ich das ich sage das ja auch transparent so da sind wir noch bei Kapitel 1 so Leitfaden Sommer auf der Insel Samain Mara Sommer auf der Insel Mara Ja wir sind schon im Abenteuer ziemlich fortgeschritten wir haben schon einige Quests erfüllt wir sind schon auf Teil 3 der Komplettlösung wir haben schon einiges geschafft Quests geschafft irgendwo müssten wir jetzt auf den Charakteren treffen da ist das mit den Statuen was wir schon gemacht haben die Statuen aufstellen hier neue Quests stelle eine Schmiede haben wir her zweimal der 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 nach Dunar auf die Vulkan nicht das ist nee Saimi Quest reise nach Süden und suche nach Dunners Insel, die auf der Karte als Black Vulcano Eiland hervorgoben ist, aber bevor sie gehen, brauchen sie eine Harko Blume, die sie auf der Heimatinsel am kleinen Schrein finden, da waren wir, sobald das Blumensegel hier zur Black Vulcano Insel bekommen, kommen sie, ja das ist nicht ganz richtig deutsch übersetzt, aber sie tun nachher in den grauen Gebäuden zur Insel, ein Blumen, irgendwas mit einem Blumensegel, müssen wir aus der Blume noch ein Segel machen lassen, ok wir haben eine Blume mitgenommen, Jajas Blume, die haben wir hier, hm, ok, müssen wir jetzt irgendwie ein Segel draus machen, wenn die Übersetzung nicht komplett falsch ist, wir haben nicht das Geld, oder doch haben wir das Geld, zu nach Queenies, müssen wir hier mal ein bisschen hüpfen, hin und her, so das Segel, können wir vielleicht irgendwo Segel machen lassen, ich müsste vielleicht erstmal schlafen, schlafen auf dem Boot, das wäre nicht schlecht, akzeptieren, so das Boot verlassen, ich komme hier nicht mehr rüber, meine Fresse, ist hier aber auch eine schwere Geburt heute, so vielleicht müsste man die Blume erstmal zu Saimi bringen, so Madame, ich kann die uns dann Segel bauen, das steht in der Komplettung nicht drin, wer das dann macht, steht was von einem Segel, das könnte vielleicht Saimi's Job sein, ja, Abkürzung, das ist gut, hallo Elite, hallo Außerirdischer, so, ich stürme hier mal rein, sende zu Leuten auf der Insel, wenn du dich daneben benimmst, ok, scheinbar nicht, sie ist nicht dafür verantwortlich, und wir haben kein Geld mehr, Blumensegel, hier ist es, Dunas Insel, das Feuer müssen wir machen, das habe ich noch nicht erfahren wie, und wer könnte mir denn jetzt, ich müsste mal die Quest erstmal machen, wer könnte mir denn jetzt ein Segel machen, sprechen wir mit uns für den nächsten Auftrag, ok, wir schauen uns mal um, wer uns hier ein Segel bauen kann, Blumensegel, manchmal fehlt so ein bisschen der entscheidende Hinweis, der einem sagt, ja, darum geht es jetzt hier nicht weiter, darum fährst du jetzt zur Insel und kommst da nicht weiter, warum, darum taucht der Charakter jetzt hier nicht auf, weil du das und das noch nicht gemacht hast, so ein bisschen, ja, es fehlt hier ein Samanmara, ja, die sprechen sowieso nicht mit mir, ich müsste mal mit den netten Charakteren reden, sprechen, ich mache mir Sorgen, ich habe in letzter Zeit einige Leads gesehen, und in meinem Tagebuch stehen keine netten Dinge über sie, ja, ich versuche auch herauszufinden, was sie in Schilde führen, würdest dir etwas ausmachen, etwas für mich zu überprüfen, natürlich nicht, was muss ich tun, nördlich von hier gibt es eine Insel, in meinem Tagebuch steht, dass sie voller Leben ist, siege Palmen bildet hier und eine kleine Siedlung von Credos, die dort als Bauern tätig sind, kein Problem, ich kann dort hinfahren und mich umschauen, ich nehme eine Blume von dort zurück, ich wollte sie mit meinen eigenen Augen sehen, die Elites waren vor ein paar Monaten auf dieser Insel, eine andere Blumenquest, okay, das ist auch schön, heute wird sie ins Blumerrand, wie es ausschaut, und so, auf die Karte, ach ja, da können wir doch noch nicht hin, wo ist ein großes Schiff, so, wir können jetzt ein Segel machen, schmieden vielleicht, ansonsten die Kollegen hier, verschwinde eine Kur, mit jeder Sekunde, die du hier auch umstehst, weil ich euch Geld, da sage ich nichts zu, behält dich bitte, äh, was war von denen nochmal ein Quest, was habe ich jetzt von denen noch nicht gemacht, ein paar Silber muss den bringen, du musst die Linksfisch, ach ja, komm, vielleicht können die mir, ja, der wird auch noch gerade, wie mache ich mir jetzt ein Blumen, ein Blumensägel muss ich mir machen, mit Coas, mit der Blume, tja, ähm, jetzt fahren wir mal erstmal in die Richtung von der Insel, die müssen wir einfach von Quenis aufbrechen, und dürfen nicht abkürzen, kann auch sein, und Quenis nach Norden, äh, nach Süden, nach Süden aufbrechen, an unserer Insel vorbei und so weiter, versuchen wir das mal, wir haben die Insel, ein Segel konnte ich jetzt noch nicht anfertigen, ich habe auch keine Idee, wer ein Segel anfertigen kann, ich könnte jetzt mal googeln, während ich sowieso herumfahre, Samanara Blutensägel, hier steht, das steht dann hier eigentlich, Blumensägel, 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 und ich muss jetzt hier gerade mal aufpassen, dass ich nach Süden fahre, Samanara Blumensägel, wenn man die Mittel hat, kann man sie auch nutzen, so sieht es aus, Blumensägel, Tja, da werde ich nicht schlau draus, nach Süden müssen wir noch weiter hin, eine gute Blumensägel, müssen wir mal gucken, wer das machen kann, die Schmieden vielleicht am ehesten, nach Süden müssen wir, hier, ich bin ziemlich nach Westen, ausgewichen, die Insel wo wir hinwollen, ist ziemlich südlich, die Südlichste überhaupt eigentlich, ist ab in den Süden, okay, ich habe mal einen Stern, ach, das ist hier nur das Küken, rechnen wir es, also wir haben die Blumen mit dabei, aber wir haben noch kein Segel gemacht, das ist vielleicht die Sache, wir müssen erstmal das Segel irgendwie hinkriegen, ich sehe hier noch nicht den Charakter, den wir brauchen, ich weiß mittlerweile, wie der Charakter aussieht, den wir suchen, hier ist er nicht, hier ist auch die Quest von Napopo, wo wir hier, wo wir tauchen müssen, gut, ähm, wahrscheinlich erstmal zurück nach, nach Spiegis, okay, da haben wir keins, ach so, ähm, da kommen wir nicht weiter, nach Noren will ich fahren, gut, bald werden wir auch unser, unser Boot vergrößern können, weil alle, weil die Quests, die fragen ja schon danach, ob ich für die zu Insel X fahren kann, es muss auch demnächst irgendwann kommen, in der Hauptquest, dass wir dann auch weiter hinaus fahren können, dass wir unsere endgültige Transformation des Schiffes haben, das kann gar nicht mehr so lange dauern, Ach, das ist die Schmiedin, gucken wir gerade mal zu ihr, tut leid, aber ich bin momentan beschäftigt mit Sachen, ja, versuchen wir mal, einfach herauszufinden, einfach, einfach gesagt, versuchen wir herauszufinden, was wir jetzt machen müssen, wie wir jetzt zu den Segel kommen, dann wird es die Schmiede nicht, ja, wenn wir auf Queen ist, dann unser Ansprechpartner, okay, neues Küken lebt und lebt auf meiner Insel, sehr schön, dann leben bald ziemlich viele Küken, Küken suchen ein neues Zuhause, so sieht es aus, so, noch einmal nach unten und dann sind wir auch in Queenies, dann können wir uns mal angucken, wer hier eventuell für Blumensäge zuständig sein könnte, da kommt der Freundliche, der Blue von Napopon vielleicht in Frage, den könnte man da mal fragen, ansonsten ist es ein Schmied und das könnte ich mir noch vorstellen, der Edith vielleicht auch, in seiner Wille, können wir mal gucken, wer hier mir helfen will, ja, irgendwas muss ich da nämlich übersehen haben, in der Einleitung steht es Blumensäge, hat sie mir bestimmt auch gesagt, zu wem ich damit gehen muss, okay, mit den Leuten reden, hier kann ich nicht reden, ja, die ist unfreundlich, schickt mich weg, wahrscheinlich ist der Edith jetzt hier der Ansprechpartner, ich meine mich dunkel daran zu erinnern, dass dieser Amy auch ihn genannt hat, dass ich mit dem Thema sprechen muss, wegen dem Blumensäge, dass die Blume holen muss und er mit dem Edith sprechen soll, reden wir mit ihm zuerst, und dann, da öffnet sich die Tür auf Magensweise, sehr gut, der hat auch ganz viele Blumen in seinem Garten, ich kann dir weiterhelfen, sei nur immer höflich, als mein Kurier repräsentierst du mich, okay, er hilft uns nicht weiter, er ist nicht sehr hilfreich, die Schmieden vielleicht, sprechen wir einfach mal mit allen Leuten, die hier in Frage kämen, vielleicht hilft uns einer davon weiter, ich liebe die Arbeit in der Schmiede, aber ich wünschte mir, ich würde nicht immer so schmutzig werden, okay, sie hilft uns auch nicht weiter, vielleicht Blum, ansonsten, tja, Amy hilft uns auch nicht weiter, bei der, stecken wir auch fest, die sagt uns immer, wir sollen immer freundlich sein und Leuten helfen, die hilft uns nicht weiter, hier gibt es der Blut, der ist da oben, bei der Könne, und so, der läuft auch hier immer, hin und her, vom See bis zum Marktplatz, ist uns das Doppelgänger, so schaut es aus, die Naturgeister werden dir bei dieser Aufgabe den Weg weisen, vertrau mir, nicht sehr hilfreich, tja, Blumensegel, 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 tja, die Quest verrät auch nichts weiteres, Reise Richtung Süden und suchen nach Dunas Insel, das haben wir gemacht, sind wir angekommen, jeden Jahr haben wir gefunden, tja, ihr erlebt mich ratlos, ihr erlebt mich ratlos, hm, tja, die Karte ist eindeutig hier, aber so ein Blumensegel, was mit Blumensegel gemeint ist, Jajas Blume, eine Blume, die nur von Hartborn gepflanzt wurde, sie ist nirgendwo anders zu finden, müssen wir die mit dem Brot kombinieren, oder ich weiß es nicht, es ist, es geht jetzt hier rein spekulativ zur Sache, ich in deinem Alter habe meinem Vater in der Manker geholfen, ein bisschen Arbeit bringt die schon nicht um, ok, die helfen auch nicht weiter, Kor, aufs Volles, das darf nur ich, das darf nur ich, Entschuldigen Kor, ich koche gerade, ich koche auch gerade vor Wut, nicht wirklich, so, hier vielleicht, komm vorbei, wenn du eines meiner Gerichte kosten möchtest, schnell schnell mein Kind, wir haben keine Zeit zu verlieren, ja doch, haben wir, die haben wir definitiv zu verlieren, die muss ich mir einfach mal, jetzt, schenken die Zeit, ja, gibt hier keinen mehr, der uns da weiterhelfen will, Blumensäge gibt es hier in der Anleitung, in der Komplettlösung, irgendwie, eine Anleitung, zum Blumensäge herstellen, das wäre vielleicht nicht schlecht, Blumensäge, das verdammte Blumensäge, vielleicht ist das auch eine falsche Übersetzung, das ist dann, da weiß ich dann auch nicht, wie das Blumensäge falsch übersetzt, ins Deutsch, ich kriege ja die deutsche Version angezeigt, auf meinem Handy, das ist ein bisschen blöd, Nasekratz, 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 jetzt müssen wir das Bund erstmal, voll groß angefordert, mit dem Arnteil weitermachen können, vielleicht, 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 Anleitung steht es auf jeden Fall weiter oben, Bringen mutierte Blumen von der Insel zurück mit einer Karte, das ist eine Quest! Ach, das ist die Quest von uns, so jetzt! Unsere Aufgabe, bringe mutierte Blumen von einer Insel zurück, auf der mehr Karten aufklickt werden müssen! Ja, ich müsste erstmal die Insel erreichen! Das haben wir jetzt gerade! das können wir noch nicht weil die weg weil die weit weg ist die insel gehen wir noch nicht hin und zu quest der man gar nicht hier der soll das heute ein bisschen wir können versuchen in die richtung zu fahren aber das ergebnis kann ich schon fast verraten okay bisher aber war das noch kein problem dass wir die hauptquests weitermachen konnten auch von diesen zeitquests noch nicht erfüllt waren und eigentlich muss das jetzt auch kein problem sein zur vulkaninsel zum schwarzen vulkan können wir auch ohne soll das boot erweitern das müsste jetzt eigentlich nicht die ursache sein aber suchen wir mal richtung versuche mal richtung die richtung der insel zu fahren die perleninsel und dann nach norden aber wenn man nicht weit kommen aber erst mal ganz nach norden fahren ja gut muss man erst mal in die richtige richtung segeln ja gut haben wir heute den partner mit hin und her schütteln verschwindet ich hoffe dass ich im nächsten part irgendwie den neuen charakter treffen kann ich gucke mir noch ein paar youtube videos an vielleicht gibt es dann wo ein walkthrough schon mal auf youtube ob es dann gibt es ja immer bei er ist bei den meisten spiel gibt es irgendwie zumindest des plays oder so ich habe doch ein paar des plays gesehen haben die sind nicht so nicht weit gekommen es ist das blöde da bin ich glaube ich fast der einzige letzte der der hier das display so weit getrieben hat ich bin daher momentan der das spiel am nächsten spielt vielleicht gibt es irgendwo ein unkommentiertes let's play ja wie ich vermutet habe nach norden kommen wir jetzt nicht da werden an die insel an die wir hin müssten wir kommen bald jetzt nicht weiter logischerweise ja müssen wir das in unser boot für kurs anlassen die jungen ich bauch dann glaube ich erst mal auf der nächsten insel auf dieser hier der kleinen insel hier sehen wir uns im nächsten part hier auf der insel wieder schauen wir mal wie wir weiterkommen die perlen insel na dann mein timer sagt mir auch dass die part länger schon erreicht ist und sage ich mal unter mich noch um 70 gefallen haben lassen aber da ich schaue dass wir zum nächsten part irgendwie was hinbekomme schon mal sowas habe ich nicht erwartet als jaja davon sprach wie großmacher ist schön naja man sieht sich heute haben einen tollen tag schon mal fünf ja 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 Untertitelung des ZDF, 2020